Hallo liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin heute Xan und das hier ist Hyrule Warriors und ich hole mir jetzt meine tägliche Dosis Gewalt, Vernichtung und keine Ahnung was man sonst halt noch so braucht. Zugegebenermaßen, ich bin jetzt nicht gerade in Höchststimmung zum Zocken, ich habe die Nacht irgendwie nicht so richtig gut schlafen können. Und wisst ihr, ich habe zwar frei, aber irgendwie bin ich sehr motivationslos und irgendwie hat keine Sau Zeit für mich, da kann ich nicht mehr irgendwas... Ja okay, von mir aus dann funktioniert die Verbindung halt nicht. Ich kann heute nicht mal irgendwas Sinnvolles machen, das ist irgendwie ein bisschen extrem doof, aber nehmen wir es halt mal so hin. Gut, hier haben wir eine Mission, da könnten wir mit Lana, wenn wir einen A-Rang-Sieg hinkriegen, ein neues Zauberbuch kriegen. Und entgegen der Hoffnung, die einige Leute jetzt vielleicht schon haben, werde ich nicht das Portal benutzen, sondern das Zauberbuch. Weil wenn ich eine Chance habe, hier einen A-Rang zu kriegen, dann nur mit dem Zauberbuch. Mit den anderen Waffen bin ich einfach noch viel zu schlecht, also mit dem Portal habe ich noch gar nicht gespielt und mit dem Stab kann ich nichts anfangen. Also bleibt nur das Zauberbuch als Alternative. Mit ein bisschen Glück klappt es und ich kriege irgendwie eine neue Waffe und wenn ich kein Glück habe, dann habe ich halt kein Glück. Gut, dürfte wahrscheinlich eine Abenteuerschlacht sein, nehme ich jetzt mal an, ich habe nicht darauf geachtet. Auf jeden Fall begrenzt auf Lana haben wir schon gesehen und, ja, wunderbar, ein Herzteil gibt es auch. Oh ne, ach ne, das ist, ne, das ist nicht Hyrule, äh, Schloss Hyrule, das ist, äh, Skyward Sword-Ding-Sie. Okay, wow. Wow, Gegneris Hauptquartier ganz rechts unten, oben überall Verstärkungen und Anführer. Oh Mann, das wird eine Katastrophe. 60 Minuten Zeit, auf in den Tod, würde ich mal sagen. Äh, ich bin schon völlig unfähig hier irgendwas richtiges machen. Okay. Und an den Klotz und BAM! Ja, danke für die Info, LumaFan. So hat der Klotz wenigstens irgendeine kleine Existenzberechtigung. Verdammt, das mache ich schon wieder. Ich bin unfähig. Ich bin gestunnt, nein. Ähm, ich wollte eigentlich an den Klotz sprengen. Ja, ähm, wie auch immer. Ähm, LumaFan hat gesagt, ja, den Klotz kann man eben auch so, ähm, in die Luft sprengen quasi, aber... ...dazu muss man ja erstmal drankommen, ne? Ähm. Und eigentlich will ich den Klotz ja gar nicht, weil er doof ist. Aber, naja, nehmen wir so hin, wie es ist. Und irgendwie bricht hier irgendwas durch. Ach, ne Grabbelmine, wo kommt denn die hier? Die habe ich gar nicht gesehen. Dann gehen wir mal los und halten die ein bisschen auf, oder? Die gelben Truppen spielen mit. Wer ist denn hier jetzt eigentlich für und gegen wen? Wenn ich die gelben Truppen aufhalte, habe ich dann ein Problem oder wird es dann leichter? Weil das sind die einzigen gelben Truppen, die da sind, ne? Ist egal, ich mache sie trotzdem kalt. Die sind zu nah an meinen Hauptquartier. Oder überhaupt zu nah an meinen Gebieten, wie auch immer. Ne, ne, seid ihr jetzt gerade Verbündete geworden? Wieso seid ihr jetzt Verbündete? Ich will euch nicht als Verbündete. Also wenn ihr dauerhaft Verbündete bleibt, dann ist es okay, aber... ...wenn ihr jetzt gleich die Seiten wechselt, dann kille ich euch alle. Nicht, dass ich das nicht sowieso machen würde, aber ich meine ja nur. Okay, Power-Up-Pumpen ist gar nicht so schlecht. Da können wir hier mal ein paar Leute auspumpen. Die anderen Truppen, was, wie, ähm... ...sind wahrscheinlich davon überzeugt worden, dass sie für mich arbeiten sollen oder so. Verdammt, ich habe den Vorposten nicht ausgeschaltet. So, Mist. Ähm... Hier, nimm mal eine Bombe. 250 Kills, okay. So nebenbei. Wo seid ihr denn? Ah, hier. Oh, schon vorbei. Wo ist der hin? Wo ist der Gipto hin? Äh, 24 Sekunden, bis was passiert? Ach, das ist schon wieder ein Gebiet von mir mit einer Bombe. Und eine ist in Richtung Hauptquartier unterwegs. Oh, ich... Es ist... Ich hasse es. Entschuldigung, aber... Es geht mir gerade ein bisschen auf den Senkel. Ähm... Ja, so viel auf einmal wieder. Ja, also, äh... Heute nicht gerade beste Laune zum Aufnehmen. Ganz schlechte Voraussetzung eigentlich, wenn wir es... Ja, wenn wir mal ehrlich sind, aber... Irgendwann muss ich aufnehmen und... Heute habe ich die Zeit. Also, machen wir das Beste draus, oder? Tut mir leid, wenn es jetzt irgendwie ein bisschen komisch wird. Okay, die... Die Krabbelmine oben ist explodiert oder explodiert jetzt oder was auch immer. Ja, die Krabbelmine ist explodiert. Genau, Festung wurde erobert. Das macht nichts, aber die in meinem Hauptquartier, die würde ich gerne aufhalten. Wenn ich irgendwie einen Weg hinfinde. Eine Minute. Truppenpyroma steigt durch Eroberung. Ja, ja, okay. Zack, zack. Falscher Antriff. Nee, richtig Antriff. Ja, ich wollte die Mauer genau in der Krabbelmine drin haben, weil ich drauf gehofft habe, dass sie ein bisschen Schaden verursachen würde. Und das hat auch, glaube ich, geklappt. Okay. Wir müssen das Gebiet rechts oben erobern. Wir haben aber irgendwie Hauptleute hier rumhüpfen, die gefährlich sein könnten. Ah, und ihr habt eure Moral erhöht. Schön. Wie das vorhin beschrieben wurde. Da ich jetzt die Festung eingenommen habe, dann die jetzt in die totale Motivation nicht hier im Grunde einen Bodenstuhl stampfen. Und ich soll jetzt dagegen irgendwas unternehmen. Hm, naja. Von mir aus könnte so motiviert sein, wie ihr wollt. Ich mach euch kalt. Ich glaube, an sich wäre die Mission hier nicht mal besonders schwer. Ein A-Rand dürfte theoretisch machbar sein. Ich habe schon wesentlich schlimmeren Missionen gehabt. Aber man müsste sie vielleicht taktisch ein bisschen sinnvoller angehen. Es ist nur ein bisschen schwierig, taktisch sinnvoll eine Mission anzugehen, die man noch nie gespielt hat. Und bei der man nicht weiß, was passieren wird. Möchte ich nur mal so gesagt haben. Also im Nachhinein lässt sich das immer leicht sagen. Vor allem beim Zugucken. Ja, wenn wir das erst dies und das und jenes erobern sollen, dann wäre das alles viel leichter. Aber ja, ich sehe die Missionen ja immer erst zum ersten Mal, wenn ich so hier am Let's Play zeige. Und da sind meine Chancen, irgendwas zu wissen, doch relativ gering. So, läufst du da rein? Nö, sparst du dir, ne? Ähm, wieder eine Grabe-Müne? Muss ich die aufhalten oder so? Ruder Hauptmann ist in Gefahr. Ist der Missionsziel? Ich weiß es nicht. Ähm, da ist eine Fahne. Das ist sie ja. Okay, dann ist der andere egal. Klarer Fall. Ui, mehr Blitze, mehr Wände, mehr von allem. Gut, im Vorbeigehen noch den Hauptmann ausgeschaltet. Krabbe-Müne wurde zerstört. Neue Krabbe-Müne rückt in Richtung Hauptquartier vor. Ist klar, ja. Gib's mir, gib's mir so richtig. Gib's mir lang, hart, schmutzig und vor allem mit ordentlich Krabbe-Münen. Ich steh drauf. Ich übertreibe es. Aber ihre Moral ist scheinbar wieder gesunken. Ähm. Was gut ist, vermute ich mal. Jedenfalls leuchten sie nicht mehr. Das heißt, sie müssten jetzt wieder etwas schwächer sein. Ja, was wäre das mit Link so einfach? Ich wäre schon fertig. Ich hätte die Mission schon gewonnen. Das ist eigentlich so das Schlimmste an der Sache hier, ne? Ähm. Ich könnte nicht mal versuchen, mit Link hier einen A-Rang zu holen. Also nicht mal zum schönen Aussehen. Ich meine, klar, die Waffe für Lana kriege ich nur, wenn ich eine Mission auch mit Lana schaffe. Aber ich könnte ja mit Link theoretisch versuchen, zum schönen Aussehen, damit es auf der Oberwelt eben schön aussieht, ähm, einfach einen A-Rang zu holen. Und das wäre ein Kinderspiel. Es geht nur nicht. Weil, ähm, ja, begrenzt auf Lana, ne? Das Spiel wäre allgemein so viel einfacher, wenn man sich auf einen Charakter durchgehend konzentrieren dürfte. Also wenn ich immer den gleichen Charakter spielen dürfte, dann wäre ich schon längst durch. Seien wir mal ehrlich, ähm, dann wäre Link jetzt Stufe 150. Das ist ja im Moment, glaube ich, das Maximum noch. Was, glaube ich, auch erhöht werden soll mit dem nächsten Update, aber völlig unnötig. Egal. Ja, der Link wäre Stufe 150 mittlerweile und alle Missionen wären geschafft. Da erinnere ich mich gern zurück ein bisschen an, äh, One Piece Pirate Warriors. Der eine oder andere hat das Let's Play vielleicht mal gesehen bei mir. Ist eben genauso ein Spiel wie das hier. Nur eben nicht mit, äh, Zelda-Charakteren, sondern eben mit One Piece Charakteren. Was bei dem Namen auch Sinn macht, ne? Also wenn das Spiel One Piece Pirate Warriors heißt, dann wäre es sinnvoll, wenn es mit, äh, One Piece Charakteren wäre. Ähm, ja, und, äh, das Spiel war erstens mal verdammt gut für ein Anime-Spiel. Also, äh, sonst sind ja normalerweise Spiele, die auf irgendeiner Anime basieren, eher ziemlich kacke. Aber in dem Fall hat das echt Spaß gemacht. Das war eben genau das gleiche Spielprinzip wie hier. Und das war gut für einen Moment. Wo ist ein Zantor hin? Hier, nimm mal eine Wand. Du bist zu stabil, eindeutig. Komm, nochmal. Verauf, mich aufzuhalten. Hier, Wände. Was? Der Moment ist gekommen, unsere Feinde in ewige Finsternis zu schicken? Was soll das heißen? Ähm. Hier, nimm nochmal eine Runde Blitze und eine Mauer dazu. Du solltest eigentlich genau in der Mauer stehen bleiben, Kollege. So, in etwa. Weil dir dann mehr Schaden macht jetzt so. Hilfe. Ja, überall schreien so um Hilfe. Lana hat Zantomsieg. Das ist mir auch aufgefallen. Ähm. War hier nicht noch von rechts irgendwas im Kommen? Oh. Da ist ein Hauptmann, den könnte ich sogar retten. Dann sind wir ein bisschen beide. Okay. Gib du. Ich mach mir mal so kalt. Es ist mal wieder total, totales Chaos hier. Und viel zu viel los. Und überhaupt. Und ich verliere verdammt viel Lebensenergie. Wenn ich mich nur ein paar Mal so treffen lasse, wie von Santo. Ich nehme an, das kommt von Santo. Also, dann wird das hier wohl eher kein A-Rang. Also, könnte schwierig werden. Warum seid ihr jetzt schon wieder so hoch motiviert? Ich hab euren Anführer erledigt. Also, so im Vorbeigehen quasi. Warum seid ihr trotzdem motiviert? Ich versteh's nicht. Ähm. Oh. Mir fällt gerade mal auf. Ich hätte vielleicht vorher mal wieder gucken sollen, ob ich Platz auf der Festland habe für eine Aufnahme. Aber okay. Merken wir dann, wenn im Zwischenblick wieder die Aufnahme ausfällt. Wissen wir warum. Ich kann euch leider jetzt nicht länger hier aufhalten. Ich kann mich nicht länger mit euch aufhalten. Wie auch immer. Ich muss da oben das Gebiet erobern, damit wir eben nicht vorankommen. Oh. Das ist interessant. In einer der Festungen oben ist ein Kommandant unterwegs. Das sieht man, ne? Wenn so ein Burkturm-Symbol quasi in der Festung ist, dann heißt das, dass der Kommandant dort rausgelockt wurde. Und das ist ein ganz links oben der Festung der Fall gerade. Stoßtruppen generiert. Warum kann ich nicht mal Stoßtruppen generieren? Vorzugsweise welche, die auch was bringen. Mission erfolgreich. Ist der Feind jetzt geschwächt? Die Festung wurde erfolgreich verteidigt. Ach, die wurde verteidigt. Die wurde nicht erobert, die wurde verteidigt. Sie sind im feindlichen Feldmarschall. Und die Türen sind offen. Na ja, dann verschwendet man nicht weiter Zeit, oder? Ich gehe dort runter. Oh, da kommt auch schon wieder was in Richtung mein Hauptquartier. Das heißt, ich muss nochmal den hinterher rennen. Das ist Gierahim. Ah ja. Gierahim will Ärger. Den kann er haben. Ey, Jünge. Bleib mal stehen. Nicht du, Gipto. Ja, du, genau. Du hässliche, komische Missgeburt hier. Gravusch. Du darfst mich nicht treffen. Einverstanden. Wo ist er denn? Ach so. Direkt vor mir. Gut. Ich habe ihn nicht gesehen. Echt jetzt. Gierahim kann sich unsichtbar machen. Oh, habe ich dich geknackt? Ich habe dich geknackt. Sehr gut. Siegen Heiler Truppen von Pyroma. Blibla. Blub. Irgendwelches Zeug wieder mal. Irgendwas geht schon wieder ab. Hier, noch eine Ladung Wände. Verdammt, die haben sich gerade gegenseitig aufgehoben, oder? Blöde Wände. Genauso war es geplant. Du läufst da rein, bist davon ein bisschen getroffen. Und dann schimm ich dir gerade die nächste Reihe. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber der Angriff ist effizient gegen sowas. Der Stahlmeister ist in Gefahr. Ist der irgendwie ein Missionsziel? Kann es sein, dass mein Hauptpartner mal wieder angegriffen wird? Ich befürchte es. Wo ist ein Gierahim? Ja, Fragebeantwortung. Auch nicht, treffe ich ihn jetzt überhaupt. Nicht, dass er irgendwo hinfliegt. Okay, Schmachpunkt freigesetzt. Du bist tot. Hoffe ich jedenfalls. Sehr schön. 1200 Feinde habe ich auch fast. Da hat die Rhein besiegt, ja, das wissen wir. Okay, dann gehen wir jetzt mal kurz hier durch. Das ist eh sowieso irgendwie ein bisschen Weg zum Weg nach dem Hauptquartier und so. Also macht das nichts. Das sind auch die Stoßtruppen. Und dann kann ich die aufhalten, damit die mir keinen Ärger bereiten. Uh, so viel zu tun. So wenig Zeit. Und ich darf mich nicht mehr treffen lassen. Ich habe so viel Lebensenergie zwischen dir jetzt schon verloren. Man sieht zwar gerade nichts davon, weil ich wohl irgendwie einen Level-Up hatte oder irgendwo Lebensenergie eingesammelt habe. Oder weiß der Geier was. Aber, hey, ich habe schon ganz schön was abgekriegt. Und wenn ich mich jetzt noch viel versetzen lasse, dann kann ich den A-Rang vergessen. Aber ist die Mission eigentlich wirklich nicht schwer. Ich müsste nur ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Dann schaffe ich hier den A-Rang locker. Also auch wenn das hier jetzt nichts werden sollte, weil Pyroma mein Gegner ist und hat, äh, hier nimm mal einen Bumerang. Ach nee, das funktioniert ja bei dir gar nicht, ne? Ja, mir wäre auch schon aufgefallen. Bei Pyroma, Volga und manchen anderen Gegnern funktioniert der Bumerang einfach nicht. Aus Prinzip oder so. Also, äh, ich wollte da weg. Und noch im Sprechen hinterher, wenn ich es schon nicht schaffe, deinen Schwachpunkt freizusetzen, deine Schwachstelle zu knacken, dein was auch immer. Dann machen wir doch wenigstens sowas hier. Genau. Und nochmal. Da ist so viel Bock. Falsche Ankommen. Okay, diesmal war den richtigen... Ja, genau. Und er läuft nicht rein. Lass dich doch treffen, Mann. Ich will dich sehr, die geht es mal an. Das macht es vielleicht ein bisschen netter. Bei welcher Klinge hat, habe ich 1400 Gegner getötet. Ich muss jetzt mal einen erklären. Kannst du nicht mehr sterben, Mann. Ich habe doch keine Zeit. Ich bin doch Stefan Raab und so. Okay, jetzt aber. Diesmal setze ich deinen Schwachpunkt frei. Und das wird dein Ende. Hat man nicht ganz gereicht? Okay, dann kriegst du noch einen Nachschlag. Yes, das war mal ein ordentlicher Treffer hier. Und er lebt immer noch, wie Frecksau. Das tut es für den selber. Nein, das ging daneben, trotz Anvisieren. Ich hasse dich mit deinen blöden Fernandklappen. Warum kann ich das nicht? Und warum trifft das Ding nicht, obwohl er direkt daneben steht? Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ein Skandal. Das ist eine Blitzbarriere. Wer ist der Geier was? Die blitzt vor sich hin, wenn ein Gegnern der Nähe ist. Und er steht direkt daneben, wird nicht getroffen. Ist klar. Ich glaube, den Aran kann ich vergessen. Schnell genug war ich. Genug Gegner getötet habe ich. Aber ich habe zu viel Lebensenergie verloren. Ist echt dämlich. Ja, bricht das ab. Ich weiß, es ist schon alles in Ordnung. Blödes Spiel. Hab ich es nicht gesagt? Es ist zum Kotzen. Jetzt kann ich die Mission nachher noch mal spielen. Lana, du unfähiges Stück. Was war denn das für eine Vorstellung? Naja, wenigstens haben wir dann die obligatorische Lana-Mission für den Tag mal wieder erledigt. Nur genug Lana für den Moment. Ich habe gesehen, unten gibt es eine Waffe zu holen. Die würde ich auch gerne einsammeln. Das ist Pfeil Stufe 2. Das reimt sich. Und alles, was sich reimt, ist egal. Und war da nicht irgendwo ein Schloss? Ah, hier war das Schloss. Genau. Das wollen wir auch noch freilegen. Da brauchen wir natürlich ein Floß. Das ist ziemlich offensichtlich. Also es sieht ein Blinder mit einem Krückstock. Und ja. Dann können wir dort auch mal ein neues Gebiet betreten. Ist ja nicht so verkehrt. Und zwar wäre das dann hier eine Mission für Midna oder für Gierahim. Und für eine Bombe. Aber erstmal will ich diese Pfeil Waffe. Also machen wir das jetzt mal. Ich habe ja die Freiauswahl, wo ich rumlaufe. Das macht ja jetzt keinen Unterschied, oder? Okay. Verteidige dein Territorium mit Pfeil. Okay. Das wird wieder sehr schön. Gut, die Waffe kann unmöglich besser sein als das hier. Das ist echt geil, oder? Combo 2, Combo 3, Combo 4, Combo 5, Combo 6. Sockelbonus Erfahrung plus. Da fehlt jetzt nur noch irgendwie Lichtbonus, Finsternisbonus, Blitzbonus, Feuerbonus, Wasserbonus. Und gibt es noch einen Bonus, den ich jetzt vergessen habe? Keine Ahnung. Das wäre echt mal eine ultimative Waffe. Achso, ein starker Angriff plus natürlich noch. Klar. Schön, schön, schön. Wieder eine Skyward Sword Schlacht. Wir haben es gerade mit Skyward Sword. Im Süden geht der Punk ab. Dann gehen wir direkt nach Süden. Obwohl, ich muss da eigentlich hier die Stoßtruppen oder was da ist aufhalten. Die machen mit dir nochmal die Angriffe. Ich glaube, das war richtig. Ihr seid extrem schwach. Das ist super. Das dürfte ein kurzer Prozess werden. Hey. Das könnte... Nein, mach das nicht feil. Das könnte das erste Erfolgserlebnis für heute werden. Also, das erste richtige Erfolgserlebnis. Weil das mit Lana gerade, das war ja eher ein Witz. Verdammt, jetzt kommt da oben irgendwas Starkes. Unten ist irgendwie gar nicht so viel los, wie ich gedacht habe. Ich hätte oben bleiben sollen. Was geht hier ab? Entscheidet euch doch mal, von wo ihr ankreist. Ach, das ist eine Krabbelmine. Das ist nichts Starkes, das ist nur eine Krabbelmine. Die halten zwar viel aus, aber sind ansonsten witzlos. Will die irgendwo hin oder steht die nur hier? Ich stehe nur hier, ne? Komm, das müsst ihr eigentlich bei mir mit Schaden machen, oder? Jetzt fährt die weg. Ich fasse es nicht. Das ist die Verarschung. Erst bleibt es stehen. Und in dem Moment, wo ich dann einen Angriff mache, der auf der Stelle trifft, dann meint sie, sie müsste sich mal in Bewegung setzen. Das Spiel will mich fertig machen, glaube ich. Okay, ihr seid ausgeschaltet und jetzt auf zum Hauptquartier. Das wird nämlich gleich von der Krabbelmine in die Luft gejagt. Okay, weiter, 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 weiter. Ach, die ist hier. Die bleibt hier stehen, weil das ein Gebiet von mir ist und die nicht durch kann, bevor das erobert ist. Oder, ne, die will hier explodieren. Hallo, Eralfoss. Der Angriff hat ja gerade gar nichts gebracht, muss man sagen. Sehr effizient, doch. Probieren wir es mit einem anderen. Und zwar mit dem hier. Boom, das ist eigentlich der stärkste Angriff, den Fai kann. Also vom Schaden an sich her. Ich meine, diese Flugattacke hier, die ich immer mache, die ist super, um möglichst schnell möglichst viele Gegner wegzuräumen. Aber um richtig Schaden zu verursachen, ist nix. Aber ich kriege diese Schwertattacke nicht immer hin. Ich weiß nicht, was die Voraussetzung dafür ist. Muss dann dafür der Balken aufgefüllt sein? Oder drücke ich einfach immer nur die falsche Kombo? Irgendwas, es rast schon wieder eine Krabbelmine oder so auf mein Hauptquartier. So ist es zu kotzen. Aber ich muss jetzt mal ein bisschen hier dran denken, auch andere Gebiete anzugreifen. Also warten wir noch ein bisschen. Die Krabbelmine ist ja noch nicht da. So ist ja nicht. Sind die Hühnerfeinde? Nö, ne. Die sind Verbündete. Blau ist jedenfalls. Die haben blaue Balken, also sind es Verbündete. Apropos Verbündete. Ich habe kein Wort mehr darüber verloren, dass Rollen in dem Kampf die gegnerlichen Truppen, also die gelben Truppen, dann doch Verbündete waren. Hat mich zwar überrascht, aber ja. Ist schön, dass mir nicht in den Rücken fallen sind. Ich muss mich ein bisschen mit euch beeilen. Also tut es mir leid, aber ich kann mich jetzt hier nicht ewig damit aufhalten, euch zu vermöbeln. Hallo, Impa. Mit dir habe ich auch nicht wirklich Zeit, mich aufzuhalten. So. Krabbelmine ist schon fast an meinem Hauptquartier. Aber wenn sie dort ist, habe ich noch eine Minute Zeit. Toll, die brauchen wahrscheinlich schon, um hinzulaufen. Egal. Ich riskiere es. Ich will das Gebiet hier haben. Hallo, Festungskommandant. Ah, die ist erledigt. Das ist gut. Ich gebe meine Feen. Hallo. Ah. Dann jetzt ab zum Hauptquartier. Mit voller Geschwindigkeit. Ich schlafe gleich ein. Ja, dann nimmt man noch einen Schluck aus der Pulle hier. Wenigstens etwas. Dann kann ich mich wenigstens hier noch nebenher betrinken, während ich spiele. Ne, nicht wirklich. Aber ja, ist auch mal schön. Ich meine, wenn ich sowieso nur sinnlos hier von A nach B laufe, dann habe ich ja eine Hand, frei zu trinken. Ich brauche jetzt zum Glück, für vorwärts zu laufen, nur eine Hand. Okay, die Krabbelmine ist angekommen und explodiert auch sehr bald. Dann versuchen wir das mal zu verhindern. Und hoffentlich gebe ich jetzt mal ausnahmsweise einen richtigen Angriff hin. Hallo, Krabbelmine. Ja, das war der richtige Angriff. Seht ihr das? Mit einem Angriff, oder mit einer Kombo eher, komplett ausgeschaltet. Wie gesagt, die ist effektiv. Die bringt es. Für einmalig richtig Schaden zu machen. Es dauert lange, bis man sie ausfüllt, weil man erst mal 100 Mal normale Angriffe machen muss. Und man ist auch ein bisschen Zielscheibe, aber ja, sie ist das, was bei Fai am meisten Schaden macht. Traurig, aber wahr. Infa, kannst du mir erklären, was du hier machst? Ähm, wegrennen. Ach so, du rennst weg, sag das doch. Du willst gar nicht gegen mich kämpfen, weil du Schiss hast. Es tut mir jetzt leid für dich, aber... Wie viele Gegner sind hier gerade? Und geht gerade, wird gerade das Spiel ein bisschen langsamer? Kann das sein? Geht die Framerate runter, weil hier zu viel los ist?